Musik Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Zocko Marston. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja Leute, ein neues Spiel ist rausgekommen. Ich weiß jetzt nicht wann. Ich glaube nicht so lange Zeit, sondern nur ein paar Monate. Ich weiß jetzt nicht. Genau, ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt wann es rauskam, aber ich habe das bei anderen YouTubern, Let's Playern, sozusagen gesehen auf YouTube. Und habe mir das Spiel ein bisschen angeguckt. Es heißt Hausflipper. Ich erzähle euch jetzt gleich noch ein bisschen etwas dazu über das Spiel. Ich weiß jetzt nicht ob die Musik so laut ist oder ich mache einfach mal Musik aus, wenn dann können wir nachher wieder anmachen. Weil so ist jetzt ein bisschen langweilig. Aber ich erzähle euch jetzt erstmal drüber. Ich habe mir überlegt ein Let's Play daraus zu machen. Und mal gucken wie es wird. Ob euch das überhaupt gefällt sozusagen. Mal schauen, mal schauen. Hausflipper ist ein Spiel, wo man Häuser renoviert. Es heißt, also das heißt, man startet am Anfang in einer kleinen Hütte, wo ein Computer steht und man kriegt Aufträge von anderen Personen. Wo zum Beispiel mal drin steht, ich würde gerne mein Haus renovieren, die Zimmer, Badezimmer oder so streichen. Da muss man ja streichen, kaufen. Ihr werdet das auch gleich alles sehen. Und ich finde das Spiel einfach mega, mega cool. Man kann hier auch Forschungen machen. Und am allerbesten, das zeige ich euch jetzt gleich, wenn wir im Spiel drinnen sind, was man auch machen kann. Warum ich mir das Spiel gekauft habe, das liegt daran, denn weil im Moment, was ich arbeite im Real Life, ist Maler und Lackierer, bin ich als Angestellter da. Und dann habe ich mir so gedacht, das Spiel passt eigentlich sehr gut zu mir. Mit Renovierungen, Malen, dies, das und jenes. Und ich habe auch schon ein, zwei Häuser gemacht. Mal geguckt, wie es so ist vom Spielverhalten. Ist auf jeden Fall nice. Also was ich aber gerade sehe, ist, dass ich ein bisschen laut bin. Ich stelle mich mal ein bisschen runter. Ich hoffe, so ist es okay. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt mal ins Spiel. Dann zeige ich euch mal, wie das alles so ist. Das ist unsere kleine Hütte, sozusagen. Das ist unsere Starthütte, wo wir am Anfang leben. Wir können unsere eigene Hütte auch schöner gestalten. Heißt, bessere Wände. Also wir können wahrscheinlich hier, wir haben ja ein großes Grundstück. Ich glaube, hier können wir noch was außenrum bauen. Noch ein großes Gebäude. Aber mal gucken. Aber man startet erstmal hier mit einem Startguthaben. Ich weiß jetzt nicht, ob das 20.000 oder 30.000. Äh, 25.000 war. Ich glaube 20.000. Und das ist unsere Hütte. Wir können ja mal reingehen. Irgendwie ist das ein bisschen zu leise, oder? Dann gehen wir mal eine Lautstärke. Machen wir mal so. Musik können wir auch wieder anmachen. Wenn, dann mache ich das an meinen Kopf lauter. An meinen Kopf, genau. Ähm, ja. Das ist unsere erste Bude. Oder ich lege einfach Musik hinten dran. Oder komm, wir lassen einfach rein. Egal. Das ist unsere erste Bude. Hier leben wir. Hier haben wir ein schönes Badezimmer. Na ja, schön ist was anderes, ne? Aber unser erstes Haus. Und wir müssen Geld sammeln. Für neue Einrichtungen kann man hier kaufen. Es gibt einen Shop. Hier seht ihr alles, was man kaufen könnte. Sogar hier Toiletten, Papierhalter, alles. Es gibt so viele Auswahl, was man kaufen kann. Man kann ein Haus richtig schön bauen. Und das wird auf jeden Fall nice. Man kann ja auch irgendwie Waffen kaufen. Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Aber ist auf jeden Fall interessant. Wir haben 30.000. Wie gesagt, ich habe ein, zwei Sachen gemacht. Und hier ist unser Laptop. Und wir kriegen immer ab und zu Mails von verschiedenen Leuten hier, die uns Aufträge übergeben. Und wir können aussuchen, ob wir das annehmen oder nicht. Was ich jetzt meinte mit anderen Häusern sozusagen. Wie ihr hier seht, zum Verkauf. Man kann sich eigene Häuser kaufen. Erst mal billiger und dann nach und nach immer weiter teurer. Bis hier das Luxushaus für 232.000 Euro. Kann man für uns selbst kaufen. Heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier das schicke Haus kaufen würde. Für 43.000. Dort lebe ich. Und dort konnte ich dann hier alles neu renovieren. Da seht ihr auch Bilder, wie es aussieht innen drin. Da muss man erstmal alles aufräumen. Und zwei Etagen sogar. Da könnte man das komplette Haus renovieren. Dann schön machen. Neue Einrichtungen. Könnte man das Haus hier oben wieder auf... Also verkaufen für mehr Geld. Und dann kann man immer weiter Häuser kaufen. Häuser kaufen. Dann ist man auch ein Immobilienmakler sozusagen. Bis man sich am Ende hier so ein schönes Haus kauft. Mit drei Geschossen. Und Leute, guckt euch an. Da wie viel Quadratmeter. Und sieht auf jeden Fall schön aus. Also ist jetzt nicht so vermüllt. Ein paar Kisten liegen rum. Und hier noch Heizungen müssen hin. Aber bis wir da hinkommen, müssen wir erstmal Geld farmen sozusagen. Uns erspielen. Und wir suchen uns jetzt mal hier einen Auftrag raus. Jemand muss sich der Wand annehmen. Eine neue Wand. Eine neue Wand hört sich so an, als müssen wir eine neue Wand reinziehen. Und meine Tochter ist schon drei und... Hä, das habe ich doch schon gemacht. Ach, das war ja die Kacke, wo ich... Ah, ja, ja, ja. Komm, wir machen das hier von Janosch. Sick. Bla, 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 bla. Okay. Wir akzeptieren das mal. Das ist das schöne Haus von ihm. Und dort arbeiten wir jetzt. Rechts sehen wir unsere Aufgaben. Dies, das und jenes. Einkommen sieht man auch, was man machen muss. Modifiziere die Wände. Was heißt, modifiziere die Wände? Schauen wir gleich. Ach, da. Okay, das sehen wir gleich. Wir müssen mal immer in jeden Raum reingehen. Dann sieht man auch, zum Beispiel, habt ihr gerade gesehen, keine Aufträge. Hier streiche mit... Okay, hier müssen wir das Zimmer streichen. Im Badezimmer, das ist auch das Badezimmer, genau, ist keine Aufgaben. Und hier ist das mit den Wänden. Alles klar. Heißt, wir müssen hier, ihr seht ja oben auf der Map, das Rote alles abreißen. Wir haben extra hier auch, ähm... Ihr seht, Hammer. Und generell alles, was man braucht hier für Wände bauen und so. Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ähm... Und hier müssen wir das Zimmer streichen. Ich sage mal, wir streichen erstmal das Zimmer. Was will der denn haben für eine Farbe? Streichen mit der Farbe Schläfriges Blau. Schläfriges Blau. So, okay, dann gehen wir jetzt hier auf Farben. Schläfriges Blau. Das ist die Farbe für 16,14 Euro. Kaufen wir. Ich mache das so, wir schließen ein Haus ab. Und dann beende ich den Part. Aber wenn das Haus wirklich so viele Aufgaben sind wie, keine Ahnung, dass ich jedes Raum machen muss, dann schneide ich das wahrscheinlich in zwei Parts oder... Oder mal gucken, wie ich das mache. Ihr werdet es ja sehen. Ähm, was ist das denn? Ach, für die Forschung habe ich einen neuen Schrober bekommen. So, dann... Was will der? Will der jetzt alles Schläfrig Blau haben? Ach du Scheiße. Okay. So, dann streichen wir das jetzt mal schön. Ah, ich habe das ja auch gescaled, dass man direkt zwei Wände machen kann. Das ist sehr gut. So. Ich hoffe, das ist ein bisschen zu laut, denke ich. Ein bisschen schön mit der chilligen Musik hinten dran. Ich gucke mal bei OBS, wie laut das ist. Okay. Geht eigentlich klar. Geht klar, geht klar. Ich hoffe, das ist auch wirklich so. Wenn nicht, dann im nächsten Part wird auf jeden Fall alles besser werden dann. So. 15% haben wir schon. Fertig. Das passt richtig zu meinem Job, Alter. Das ist so heftig, geil, Alter. So, wieder Farbe. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall zwei Eimer. Definitiv. Zwei Eimer sind auf jeden Fall drin. So, ihr seht schon rechts nur diese paar Wände hier. Also fast eine Wand nur. Schon 463 Euro. Das ist unnormal. Wenn man so viel wirklich in echt bezahlen muss, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass man so viel bezahlen muss für einen Raum. Wir gucken gleich mal, wie viel wir bezahlen, also wie viel der Kunde bezahlen muss für den ganzen Raum hier nur zum Streichen. Dann kriegen wir gleich noch viel Geld für, ähm, die Wände einzureißen. Ei, ei, ei. Da muss er, glaube ich, viel bezahlen. Da freut der Kunde sich aber. So, ich muss ganz kurz einmal aufs Bett steigen. Die blöde Lampe ist im Weg. Jaja. Wie? Eimer ist leer. Alles klar, Mann. So, schläfrig blau. Wo ist denn mein Pinsel? Da ist mein Pinsel. Saugen wir mal voll die Kacke. Und weiter geht's. So. Alles wirklich geil mit zwei. Ich glaube, das nächste, wenn es nicht skillet ist, äh, drei Wände auf einmal streichen. Hm? War das jetzt nicht richtig aufgetragen oder was? So. Dann hier das noch. Hä? Schon wieder nicht genügend Farbe. So, dann hier das. Boah, da muss noch ein bisschen, okay. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Spiel im Moment schon findet. Also, ich finde das Spiel mega. Ich freue mich schon, wenn ich eigene Häuser kaufen kann und dann alles schön renovieren kann. Wie es für mich aussehen sollte. Und dann schön die Häuser verkaufen. Vielleicht will ich auch gar nicht verkaufen. Na doch, am Anfang die kleinen Häuser schon. Ich will schon das große Haus dann besitzen irgendwann. Hehe. Und, ähm, ja. Dann bin ich Boss, Digga. Dann bin ich der Maler Boss aller Zeiten. Schade, dass man keine Angestellten hier einstellen kann. Oh, ich hab das noch nicht gesehen. Muss schon mal gucken. So. Müssen wir gleich noch einmal einen Eimer kaufen. Das gibt es doch nicht. Wie viel braucht denn das Zimmer für Farbe, Alter? Oh. Okay. Wir müssen, glaube ich. Ja, wir müssen noch mal einen kaufen. Ach du Scheiße. Drei Eimer. Für ein Zimmer. Das ist auf jeden Fall heftig. Na? So. Dann hier das noch. Hier unten das. Und ich hoffe dann... Sind wir ja gleich mit diesem Zimmer fertig. 90% haben wir. So. Dann hier das noch. Ah. Sorry, Leute. Blödes WhatsApp. Wenn ich gleich nochmal eine Nachricht bekomme, mache ich das aus. So. So. Dann pumpen wir den nochmal full. Und hier nochmal. Und das letzte ist hier. So. Aufgabe erfüllt. Nice. Komm. Dann machen wir gerade das Ding noch leer. So. Jetzt können wir das hier wegschmeißen. Wegschmeißen. Und den restlichen können wir wieder verkaufen für 12,87 Euro. Leute. Das finde ich geil gemacht. Dass wir das wieder verkaufen können. Alter. Für diesen Raum 2000 Euro. Das ist schon ein bisschen... Bisschen hart. Sieht aber schön aus, finde ich jetzt. Definitiv sieht er schön aus. Ich hoffe, das mit der Qualität ist auch gut. Ich nehme auch auf. Nice. Nice, nice, nice. So, das ist halt jetzt hier alles, was ich machen muss, ne? Ach du Scheiße. Jetzt geht's los. Leute. Jetzt geht's los. Hammer rausholen. Und. Das ist doch die Wand, oder nicht? Doch, das ist doch die Wand. Warum wollte der denn eben nicht? Keine Ahnung. Zum Beispiel hier, das finde ich geil, Alter. Einfach die Wände zerstören und dann... Ah. Gegenlauf. Ja, Mann. Zerstör es. Ey, Digga. Hör auf, mich zu schreiben. Auch immer, wer das ist. Ah. Tür. Alter. Leute, wartet mal. Das ist ja gerade richtig nervig. Es tut mir sehr leid. So. Könnten wir die Tür verkaufen? Ach, das dürfen wir. Nice. Das freut mich. Dass wir Türen verkaufen können. Hä. So, einfach mal mit Lichtschalter jetzt zerstören. Hier, kein Problem. Kein Problem hier. Alles zerstören. Die wollen eine offene Wand haben. Kriegen sie. Ich bin Bauer, ich bin Bob, der Baumeister. Der alles kann er. Okay, da geht's nicht. Dann muss ich das hier... Ah, das ist schon kaputt. Dann machen wir hier. Verkaufen. Ist das sieben? Der Hammer. Genau. Tü-tü-tü-tü. Hört ihr eigentlich die Musik? Warte mal. Ja, ein bisschen hörte die, oder? Naja, ich würde das ja sehen in der Aufnahme. Wenn, dann kann ich alles ja besser machen. Immer die erste Aufnahme wird ja jetzt nicht so prickelnd. Was ich mir hier wünschen würde, ist wirklich eine große Karte, wo du ein eigenes Auto hast, wo du deine Sachen zu Hause hast und das alles in dein Auto reinlegst, was du brauchst, und dann fährst du hier zum Kunden. Zum Beispiel das hier. Alles aufheben und selber oder so, keine Ahnung. Das wäre auf jeden Fall nice. So, hier die Lichtschalter. Die entfernen wir jetzt auch mal. Dann haben die hier alles gut. So, Leute. Das war es auch schon mit dem Auftrag. Wie ihr seht, rechts und rechts unten. Auftrag beenden können wir mit Enter. Wir machen auch hier noch schön die Tür zu. Und, ja, jetzt sieht es auf jeden Fall auf jeden Fall schöner aus. Die Sachen können sie ja nochmal zurechtstellen, aber wir sind hier fertig. Mit 3.800 Euro kriegen wir nice. Das freut mich. Und unsere Drecksbude, ey. So sah die vorher aus. Jetzt habe ich das schön alles aufgeräumt ein bisschen. Und, ja, 34.000 Euro haben wir jetzt auf unserer Hand. Und, ja, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Hausflipper wieder. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Mit V. comings regeln noch mehr. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.